Das nervt. Du nervst mich. Mann, du nervst mich total. Du gehörst auf ein Seeboot in Seenot, ja. Wenn ein Boot hier im Dschungelcamp wäre, ich würde dich da drauf schicken auf das Tretboot. Ja. Mann, das darf ja nicht wahr sein mit dir. Ja, wirklich. Du gehörst auf ein Tretboot in Seenot. Das ist total scheiße, was du hier machst im Dschungelcamp. Ja. Glaub mir das. Hm? Ja, wirklich. Du gehörst auf ein Tretboot in Seenot. Und ich hoffe, es kommt eins hier rein, ins Dschungelcamp. Verdammt nochmal. Das geht mir total auf die Eier, auf die Nerven, auf alles. Ja.